willkommen hier zur zweiten folge wir werden hier direkt reingehen in ein paar weitere transfers ich habe nämlich eben gerade schon privat luka jovic verlängert auf drei jahre also der bleibt erstmal bei uns er wollte aber die freigabesumme nicht ich habe hatte zuerst keine freigabesumme aber er wollte freigabesumme von 90 millionen dann habe ich das angenommen weil 90 millionen ist dann also wenn man die summe kriegen ist wäre es auch saftig ihr hattet in der letzten folge die aufgabe quasi mir vorschläge zu schreiben und es war eigentlich klar dass arnema ja einer der meistgenanntesten vorschläge ja sein wird und er war auch so häufig unten in den kommentaren wir werden uns heute arne meyer holen und wir werden uns den bremer raschica 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 milo raschica wahrscheinlich spreche ich den spreche ich den hier komplett falsch aus aber den werden wir uns auch holen weil ich finde den in echt gut und der ist halt auch noch jung milo raschica 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 22 jahre jung kann halt im linken flügel spielen kann im linken mittelfeld spielen und zur not wahrscheinlich auch aushelfen für wer hat sich verletzt sebastian harley hat sich ja bei uns verletzt zur not kann er auch vielleicht den ein oder anderen mal halt im sturm ersetzen weil harley ist jetzt hatten kreuzbandriss sieben monate verletzt und das heißt ja patient ja muss erstmal von beginn an netz spielen wir werden damit erstmal ja kein problem haben weil wir halt noch andere spiele haben gajinovic kann ja auch in z um spielen dann rückt rewitsch eins nach vorne so zum beispiel aber es wäre schon gut wenn wir halten den neuen spieler dann da haben der halt auch flügel spielen kann oder halt auch vor einem sturm raschica deshalb schnell ich würde also ich würde auch feiern wenn wir uns max kuse holen aber ihr wolltet dass wir uns realistische transfers holen und da fällt nen trend alexander arnold schon zum beispiel komplett raus realistische transfers weil trend alexander arnold wird in echt nie zu eintracht wechseln so das passt jetzt erstmal wir und ich hatte auch in der letzten in der ersten folge gesagt dass ich dass ich nicht alle spiele selbst spielen werde und es standen selbst unten in den kommentaren letztes mal du spielst doch gar nicht ultimativ hier leute ich spiele ultimativ wieso wieso sollte ich das irgendwie umstellen verstehe ich halt überhaupt nicht verstehe ich halt überhaupt nicht so let's go erstes bundesligaspiel werden wir simulieren weil das spiel ist gegen freiburg und ja deswegen simuliere ich das transfer angebot für marco russ das werde ich ablehnen ich darf ja nicht alle verkaufen die hier ein angebot willkommen nach ich habe jetzt hier ich habe die ja nur auf die links gemacht ich muss ja noch ein angebot machen transferzentrale da muss ich ja rein du es tut mir leid wenn ich hier ab und zu mal ein paar fehler vorkommen ich habe wie gesagt das letzte mal fifa noch 2018 gespielt hier rassi da hier kann sogar im sturm spielen kann sogar im sturm spielen deswegen ist es perfekt da der verein spieler kürzlich gekauft hat ist er nicht bereit über einen weggang zu verhandeln okay dann müssen wir uns was anderes überlegen arne meyer okay arne meyer ist bereit zu verhandeln das ist sehr sehr gut äh moiskin fand ich auch noch interessant aber moiskin würde ich eher als nicht so realistischen transfer einordnen aber moiskin gucken wir uns gleich mal an weil moiskin geiler typ von juventus hier transfer summe anbieten ja keine ahnung wieviel könnte ich denn für den arne meyer bieten 10 millionen ist das zu viel ich sage ich will nicht zu wenig bieten weil dann lehnt er ab und dann ist er komplett weg ich weiß es nicht komm ich mache 8 millionen kann ich noch mal nein arne meyer ist das belastend ey man wieso steht denn auch kein preis da was ist das denn für ein rotz jetzt wollte jetzt habe ich beide spieler beide spieler die ich heute haben wollte bekomme ich jetzt nicht so ich habe mir jetzt noch mal ein paar rausgesucht nämlich einen marco richter eggestein und davy selke und hier steht überall wieder kein preis da glaube ich doch 14 millionen marktwert also wenn davy selken marktwert von 14 millionen hat wieso rastet denn hertha bei arne meyer mit 9 millionen aus sie hätten ja sagen können dass der dass sie 25 millionen haben wollen dann hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt aber ich wusste halt nicht wie viel arne meyer wert ist eggestein haben wir dann preis 19.5 für eggestein und marco richter haben wir gar keinen wert ja also ich würde sagen also eggestein können wir offensiv wie defensiv spielen lassen deswegen würde ich sagen davy selke für ersatzstürmer und halt maxi eggestein so noch mal mittelfeld einen anderen und einen neuen finde ich beide eigentlich sehr interessant deswegen hertha bsc hier davy selke und davy selke ist auch mehr er ist finde ich also realistischer als ein alexander arnold sagen wir es einfach mal so so legen wir gleich los ja da zack zack transfer summe anbieten wenn ja ein marktwert von 14 millionen hat dann biete ich einfach mal 20 millionen kommen das sind sechs millionen mehr wenn der jetzt ausrastet wenn der jetzt ausrastet dann raste ich hier mal aus das ist ein faires angebot jawohl perfekt man perfekt hätte ich wahrscheinlich auch wieder zwei drei millionen ja weniger bieten können und hätte trotzdem den deal hier schaffen können ist auf jeden fall ein wichtiger spieler und da sitzt davy selke aber so realistisch sieht jetzt davy selke nicht aus ja kommen vier jahre ich werde das so machen dass ich hier heute zwei spiele simulieren werde das spiel gegen freiburg simulieren wir das spiel gegen brem simulieren wir und das dritte bundesliga spiel gegen den bvb werde ich dann spielen also dass wir auch ein bisschen vorankommen in der karriere werde ich halt nicht in einer folge ein spiel machen sondern werde auch halt spiele simulieren so wie ich es euch mit geteilt hatte in der ersten folge let's go noch mal kurz die aufstellung checken und ist mittlerweile ja da sind die beiden davy selke ist mit am start ersatzstürmer kommt natürlich auf die bank für den abraham weil wir im entdecke als ersatz in verteidiger eggestein kriegt auch einen platz für de guzmann und eggestein kriegt sogar einen stamm oder platz in der startaufstellung patience bleibt erst mal von beginn an davy selke wird ein wechselspieler jetzt erstmal weil wir haben ja auch noch ein haler aber da er einen kreuzbandriss hat weiß man nie wie er wieder rein kommt denn und weiß es dauert halt noch ewigkeiten bis der da wieder da ist erstes bundesliga spiel bin ich gespannt wie wir hier das spiel bestreiten werden let's go auswärts spiel und gulde verletzt sich von freiburg in der zweiten minute das ist bitter das ist bitter das ist bitter das ist bitter gleich halbzeit passiert es passiert nix rode sebastian rode jawohl ski rebic kommt ne gacinukovic kommt rein selke kommt rein hinteregger gelb 1 0 wäre ich mir zufrieden bradley macht das 1 1 bradley dieser frechdachs macht das 1 zu 1 oh shit man wir spielen das erste bundesliga spiel unentschieden aber da kann man ja nix machen ist halt so trainingseinheiten sind wichtig sagt sagt kann ich jetzt eigentlich die spiele aktualisieren wenn ich denn hier engelstein ab und selke gerne kann ich ja die noch ein bisschen trainieren aber sonst läuft ja erstmal alles mehr werde ich auf dem transfermarkt nicht zuschlagen weil ich bin ja mit allem zufrieden was ich jetzt habe deswegen bleibt das jetzt erstmal so dass das dauert immer ewigkeiten hier marco reuss ist einfach für 94 millionen zum fc barcelona gewechselt hier in den letzten stunden der des transfers fensters nächstes spiel zweites bundesliga spiel gegen werder bremen heimspiel ich hoffe dass wir jetzt hier dieses spiel gewinnen werden das simuliere ich auch dann gibt es noch das spiel gegen dortmund welches ich selbst steuern werde let's go die land hat auf jeden fall schon mal direkt in der zweiten minute geld bekommen kevin trapp hat sich verletzt wieso wird denn er nicht ausgewechselt selke kommt rein alter falter kommt jungs pusht euch pusht euch wir spielen wieder unentschieden wir spielen wieder unentschieden und kevin trapp was ist mit kevin trapp ich hoffe da ist jetzt nix spieler verletzt er wird für acht wochen ausfallen oh mein gott das kann ja nicht wieso wird er nicht ausgewechselt ich bitte euch was da los bei euch renno hier zack ein glück habe ich dir nicht irgendwie verkauft oder so dann habe ich noch stiel also wenn sich jetzt renno verletzt ne dann habe ich nur noch stiel stiel als keeper oh mein gott man das ist jetzt natürlich richtig richtig bitter gelaufen oh wenn wir uns hier die tabelle angucken die dortmund danach zwei spielen ein punkt gucken wer aktuell auf platz eins liegt leipzig leipzig bayern augsburg alle spiele also die zwei spiele die jetzt waren haben sie beide haben sie alle drei beide gewonnen und ja wir gehen rein gegen in das spiel gegen frankfurt hinteregger ist jetzt nicht mehr allzu fit vielleicht werde ich hinteregger dann rausnehmen in der sechzigsten siebzigsten muss ich aber mal schauen in verteidiger wechsel ich eigentlich ungern aus ich lege dann wenn dann noch mal offensiv was nach ihr seht's leute ultimativ ich drücke jetzt hier auf weiter zack ich werde ultimativ spielen zwar auch in der ersten folge ultimativ also das finde ich echt fände ich echt frech dass das dass da hier welche unterstellt haben dass ich da keine ahnung dass ich du spielst doch niemals ultimativ obwohl ich ultimativ halt eingestellt hatte ihr habt es gesehen let's go ja sieht schon geil aus ne das sieht nur signal i duna park hier der signal i duna park da kommen wochenendserinnerungen hoch da kommen wochenendserinnerungen hoch wenn ich schön auf der couch liege und bundesliga glotze glotzi mozzi let's go so Okay, die Dortmunder machen Druck, die Dortmunder machen Druck. Nächste Flanke. Ein Glück kann da Costa klären. Ich krieg den nicht raus. Grimaldo, lol. Grimaldo stand bei mir auch unten in den Kommentaren. Und Thomas Delaney 1 zu 0 für den BVB. Einmal hier nicht aufgepasst, zack, gleich, ausgenutzt. Ei, 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 ei. Kein Abseits. Luka Jovic. Kein Abseits. Luka Jovic. Spazientia. Ah, der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Ja, da kriegt er natürlich Druck von außen noch, aber den kann man schon mal machen. Oh, 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 oh. Was war das für ein geiler Lupfer, Mann. Schön mit der Hacke, zack, Pacientia. Die Chance, die er eben hätte machen müssen, macht er damit überrangt, alter. Heftiges Tor, schöner Lupfer von ihm, Pacientia. Ich hatte überlegt, den zu rauszunehmen. Also jetzt nicht in der 30. Minute, aber halt in der 60. oder so. Aber jetzt mit dem Tor, vielleicht nehme ich dann doch eher Jovic raus. Weil Davy Selke würde ich doch schon mal gerne einwechseln. So in der 60. oder 70. Ja, ich glaube Abseits. Ja, Abseits. Luka Jovic. Nächstes Spiel ist in der Europa League, Leute. Das werden wir safe auch spielen. Also direkt in der nächsten Folge dann, am Anfang der Folge, direkt das Spiel Europa League gegen Lazio. Und da oben seht ihr es nochmal, vorhin angesprochen, Marco Reus weg vom BVB. Unvorstellbar, eigentlich in echt. Und die Eintracht hier mit Glück. Schön. Auf Ante Rebic. Kein Abseits. 62. Ich gehe ins Pause-Menü. Und jetzt kommt erstmal... Ja komm, wir nehmen mal Jovic raus. Obwohl Jovic natürlich der Stärkere ist. Ja, Gino Gritsch kommt auch rein für Rode. Und Endika kommt dann für Hinteräger. Der war ja schon vor der Partie nicht so richtig fit. Deswegen, hier komm. Der magische Dreierwechsel hier. Schöner Pass. Kein Abseits. Selke. Davy Selke. Rebic. Elf Meter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Was passiert hier? Was passiert hier? Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt das dritte Spiel hintereinander unentschieden gespielt. Drei Bundesligaspiele, dreimal unentschieden. Aber wir kriegen einen Elfmeter, oder? Jawohl, wir kriegen einen Elfmeter. Ja, ja, ihr müsst mir das nicht erklären, hier. Schieß Patienz, ja. Oh, wer soll schießen? Eggestein, der junge Eggestein, der erfahrener... Äh, Rebic schießt, Leute. Ante Rebic, let's go. Kann ich das Ziel ausmachen? Na, ich weiß nicht, Leute. Ich kann eigentlich kein Elfmeter. Ich kann eigentlich kein Elfmeter. Aber Ante Rebic macht das Ding. Und wir führen 1 zu 2. Faust in die Fräiske. Richtig schwach geschossen eigentlich. Aber ist mir vollkommen egal, Leute. Wir führen. Wir führen und die Führung müssen wir jetzt so halten. Das sind dann schöne, geile drei Punkte gegen Borussia Dortmund. Jawohl, wir können noch mal eins oben drauf packen. Wenn wir das jetzt klug ausspielen. Klug. Wenn wir das klug ausspielen. Das war alles anderhalts klug. Und jetzt laufen wir hier in den Konter noch mal rein. Zwei Minuten Nachspielzeit. HC bekommt an Wolf nicht hinterher. Kein Freistoß. Alter, der Schiedsrichter ist hier absolut auf unserer Seite. Erst schenkt er uns den Elfmeter. Und wir gewinnen das Spiel. Richtig geil, Mann. Schöne drei Punkte gegen die schwarz-gelben Borussen. Genauso muss es sein. Genauso macht es Spaß. Das war ein ausgeglichenes Spiel. Habt ihr gesehen. Gleich viele Torchancen hatten wir. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und natürlich heute Abend um 20 Uhr gibt es auch noch eine schöne Folge von FIFA Mobile. Boah, Alter, das Euroleague-Design ist am Start hier. Sehr, sehr geil. Freue ich mich drauf in der nächsten Folge. Dann gegen Lazio Rom, Leute. Ich bin jetzt hier raus. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Haut rein. Und tschüssi. Das ist ein Däumchen da, lasst 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 ein Dä